Ja! Felix, Mr. T ist auch nicht dabei, glaube ich. Was geht denn ab? Ich geb an alle einen Tipp. Nimm was, was nen Taunt hat. Ach, deine Tipps. Wer hat grad den Tipp gegeben? Ich wollt grad Tobi. Ban aus. Ban hat nen Tipp gegeben? Ach, auf den wird eh nicht gehört, ey. Ich hab den Tippen Ban. Ja, Klappe. Ich bin der Ban. Tobi stimmt ja alles immer. Morgana für die Ban. Nova, diesmal hab ich das Katana. Was für ein Katana, Alter. Gehst du auf Yasuo? Nimm den Hals, oder? In diesem Modus wär Yasuo, glaub ich, übelst scheiße. Nein, das geht um irgendwas anderes, aber egal. Das spielt doch nur. Aber egal. Ich glaub, ich nehm den hier. Huh? Leona und dann vier. Ich glaub, wir haben zu wenig Damage, kann das sein. Es ist egal, welches Summoner ist. Du kannst nehmen, was du willst. Du darfst alles kaufen, das ist vollkommen egal. Hier, TF bitte. Hm. Und nicht Tower Push. Nimm einen was anderes. Wir brauchen unbedingt das, was ich geschrieben hab. Ich nicht, ich hab schon einen gelockt. Ja, ich glaub, das ist lebenswichtig. Ansonsten geht das gar nicht, dann nehm ich den mal. Ja. 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 Bounce. Und ich nehm diesmal das mit. Wär mal kein Glänzer. Nehm Viktor. Ich glaub, er hier ist der allerwichtigste von allen. Ja. Und ich werd den Novamun auch fokussen, neben Leona. Viel Spaß. Ich angst bei euch. Ja. 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 Aber ich geh mir erstmal zwei Wochen nicht mehr an. Dan koch mir für Platin wieder. Gut. Alter. Erstmal ohne streamen. Ranked sucht. Die ganze Zeit. 24. Die ganze Zeit. Und Teleport dabei. Die nehmen die immer mit. Standartspell für die. Andarius. Zombie Yasuo. Zombie Yasuo. Ich brauchste doch, dass er Yasuo mit dabei hat ey. Ich spiel den nur. Und dafür hab ich alle. Was? Der hat Wunderburg gesehen, damit ich Blitzcrank eingeloggt hab. Ach, dann nehm ich ja so, damit er nicht schröpen kann. Hat bestimmt geghostet. Klar ey. Sobald Novamoon die Chance hat, ghostet er sofort ey. Oh, Draggy Draggy Nova. Ghostamoon und Ghostamoon. Ghostamoon. Okay. Ah ja, jetzt lachen wir noch. Aber gleich, wenn ich reporten kann, ist Novamoon reported. Wenn es um die Sache geht, dann geht's ab. Da kennt man da einfach keinen Spaß mehr ey. Geht's um den Wind. Da werden selbst Freunde zu Feinden. Ja. Freunde zu Freunden. Da fliegt die Getrofen. Das wird sich fred. Warte, lass ja nichts ein. Auf und zu bist du witzig. What the fuck? Du sagst nicht. Auf und zu. Leona stürmt doch eh rein. Kannst du machen, was du willst. Leona stürmt rein. Alter, natürlich wird er getroiharded ey. Und wie ich. Ach, Shiva ist bei uns. Wieso gibt's eigentlich Konjunktrum, wo man seinen eigenen grabben kann? Ja, das wär Imba. Wie bei Dota. Wie heißt der noch der Dicke? Wie der Dicke hier. Wie heißt der noch? Fatsch? Hatsch? Oder irgendwie sowas? Der kann seine eigenen Mates grabben, man. Einfach so aus dem Gegenteam raus. Zack. Der war doch so ähnlich bei W3 auch. Dieser untote Fettsack. Der ist schon wie der Mundo. Ja, der ganz der Fette. Ja, ja. Fuck, wie heißt der denn? Ja. Du hast auch einen Fangame bei W3 geben. Klar wird's wissen. Auf jeden Fall gibt's, mit jedem Skill auf seinen Hook wird er, also hast du eine größere Range. Und dann konntest du aus solcher Entfernung. Also das war gigantisch. Einfach dein Mate aus dem Gegnerteam raus grabben. Das war richtig OP. Was auch geil wäre, wenn Leona bei der Flash-Lanterne draufklicken könnte. Das wär auch geil. Patsch. Genau. Patsch heißt er. Genau, genau. Patsch. Patsch ist echt witzig gewesen. Ja, genau. Patsch. Was hat's heißen? Und der hat dann auch so'n AOE um sich herum, was sein Leben gekostet hat und so'n Gift. Und hat auch ziemlich viel AD, so wie Mundo, glaub ich. Ja, genau wie Mundo war der. Hat zu Empfang gegeben bei W3. Da hat's zwei Seiten gegeben und hast Mundo Cliva auf die andere Seite werfen müssen. Und die anderen haben dann auch ausweichen müssen, wie so eine Schneeballschlacht. Halt. 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 Achtung, Leona! Unsere Leona sind drin, ich flasche da hinterher! Oh, naja gut, das bringt nichts. Die geht voll rein, GG. Oh, Blitzcrank! Heal! Hab da Nova gecrapt! Ach, Nova Moon, das üben wir nochmal. Du hast nicht gecrapt, ja. Gib dem Kartzorn! BAM! Ich brauch unbedingt Level 3, ey. Die Bombe, kein Schaden. Gib Brot bei die Fische. Das Kartzorn zündet sein E. Gegen die Bombe. Oh, der könnte auch blocken. Dodge die Bombe, dodge die Bombe! Los, lass die... Lass die pushen, push dich zurück. Wartet, wartet, wartet. Leona, nein! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Sie geht rein! Und zu mir! Oh mein Gott, Leona, du enttäuschst mich hart! Geht auf! Armin! Bleibt einfach bei mir! Ja! Boah! Imba, ich hab noch nie geknallt! Daran stirbt sie doch! Oh ja, schön! Ich hab noch Heal hier! Geh weg, ey! Nein! Wir sind Shiva, komm sie her! Ah, geh weg von mir! Nein, geh weg von mir! Weg, weg, weg! Shiva? Ja? Zu mir! Nein! Nein, zu mir! Also in mir, in Defensive Leona bin ich immer Level 1! Wirst du irgendwie auch nur Level 2 geworden! Nein, sie kommt wieder! Sie kommt immer auf den Punkt auf mich! Nein! Das Grauen! Aber jetzt geht's hoffentlich nicht rein! Leona Farm! Du hast Minions! Gut! Jawoll! Oh nein, sie ist schon wieder hier! Nein! Hier, dich Leona! Einfach auf den Jackseer! Der stirbt! Ja! Der ist gestorben! Oh, Leute, dieser Crab! Sie brauchen diese Crab, ey! Ey, ihr Noobs! Leona tankt den Tower! Oh, guck dir diesen Bronze Nova an! Die Leona war da, Mann! Die hat den Tower getankt! Die hat sich jetzt zurück... Oh, ne doch nicht! Da ist sie! Und sie geht voll auf dich los, Mann! Ah, was willst du tun? Troy hat Leona, Troy hat Leona! Just reported! Na, Nova, was hast du vor? Grab, grab, grab! Hook! Grab! Ich hab nichts gehabt! Hier ist Leona! Oh mein Gott, Leona! Don't be greedy! Don't be greedy! Ja! Leona, put the back! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, die will rein, die will rein! Oh, sie trifft! Scheiße! Wo ist der denn, Leona? Was willst du dagegen tun? Was willst du dagegen tun? Es steht schon 3, 4! Ich weiß nicht, was ich kaufen soll, ey! Das ist unfair! Ich kauf gar nichts! Du weißt nicht, was du kaufen sollst? Das ist unfair! Nein, die Leona weiß nicht! Darum brauchst du so lange noch! Hier, hast du kommentiert! Schaut sie mal jetzt Chellis kaufen? Shit, shit, shit! Irgendwie hab ich kein Gold! Alter! Wollen wir uns Nova holen? Kommt doch! Kommt doch! Huckt doch! Huckt doch, Shit! Sie kommt! Huckt doch, Shit! Was? Da war ein Minion! Ich hab gar keinen W! Wieso bin ich Level 3 und hab keinen W? Weil ich den Q beskillt habe? What the fuck? Oh, lol, ey! Ich kackele ihn! Naja, wenigstens macht mein Q jetzt mehr nämlich... Ja, komm hier, Leona! Wir fighten! Wie ein Mann! Nicht? Unsere ist da drinne! Ich hab gar nicht realisiert, dass... Wir gewonnen! Lol, GG! Ja, hopp dat! Wir gewonnen! Wir gewonnen! Wir gewonnen! Wir gewonnen! Wir gewonnen! Was? Das war's schon? Und Leona war einfach ein Noob! Und Leona war ein Noob! Die Match! Oh, dat gar so'n Flash! Das stört! Oh, nein, ey! Das war ne Ohnitsch! Das liegt echt daran, welche Leona zuerst Lowlife Pack porten kann! Dann hast du gewonnen! Ja, genau! Das ist echt heftig!